Mein Name ist Andreas Pianer, ich bin Kaufmannscher Leiter der WSG Wohnungs- und Siedlungs-GmbH. Wir sind heute bei der Roadshow zur E-Mobilität hier im Klangarten in Köln-Porns, wo wir unseren Mietern einmal die Möglichkeit geben möchten, E-Mobile und Lastenfahrräder direkt im Quartier auszuprobieren. Das Thema Elektromobilität ist bei uns seit anderthalb Jahren auf der Agenda. Wir bereiten derzeit unsere Quartiere mit Carsharing-Modellen vor. Wir rüsten unsere Tiefgaragestellplätze mit Wallboxen aus, um den Mietern auch die Möglichkeit zu geben, selber ein E-Auto bei sich im Quartier aufzuladen. Wir möchten das Thema E-Mobilität und Carsharing wirklich in jede Planung unserer Quartiere grundsätzlich mit einbinden und als Mobilitätskonzept tief in die Planungsprozesse und in die Quartiersgedanken implementieren und somit den Mietern die Möglichkeiten bieten, die zukünftig das Thema Mobilität ausmachen werden.